so freunde jetzt ein vergleich der neuen römischen lichter von funke mit goldfontaine vorher und dann gibt es die bekannte leuchtkugel ich habe hier bestimmte farben blau und violett und gelb und grün schießen werde ich zuerst blau und gelb und dann violett und grün so 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 So, und jetzt violett und grün. Also, ich muss wirklich sagen, diese römische Lichter, das sind echt eine tolle Bereicherung für den deutschen Feuerwerkmarkt. Mir gefallen sie richtig, richtig gut.